Hallo YouTube, willkommen zurück bei 4Warned. Hallo YouTube, willkommen zurück bei 4Warned. Mit dem Terry. Mit der Isa. Ja, wir gehen rein in eine neue Karte. Wir haben Ultra Hard Mode. Wir haben kein weiteres Leben. Ja, nur ein Leben. So wie in Wirklichkeit, komm mit. Und die Map heißt irgendwie, komm mit, ich hab noch ein Adveldschirm, jetzt warte mal. Warum hat's geleckt? So. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Da hinten, da hinten. Ich bin schon längst drin. Tach. Da dunkel. Das ist wirklich dunkel. Ja, 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 guck mal mal. Was, das ist gar nichts, echt? Das ist dunkel. Ja, da drin doch, da draußen ist Handy. Du hast dich teleportiert, mein Gott. Du standst gerade noch neben mir. Wow, dein Ernst? Ja. Das ist gruselig. Boah. Ja, wir reden über TEs, weil wir hören uns im Spiel ganz komisch. Ja. Und ich rausche im Spiel. Ja, die rausche. Deswegen also. Das ist wirklich ein bisschen sehr dunkel, ne? Ja. Und ich hab schon heller gemacht, ne? Warte mal, ich mach mal kurz heller. Wie ging das dann nochmal hier? Grafik. Escape. Ja, Escape. Auf was hast du denn so gestellt? Auf 6, 7? Wo ist denn das drin? Bei Grafik. Ja, bin ich doch. Achso, man muss runter. Hey, hey. Ja, ich hab, äh. Ja. Ja. Eins, zwei, drei. Drei Stück bin ich nach rechts. Okay. Dann ist es nur noch dunkel bei mir. Ist auf jeden Fall schon heller. Ich mach mal auf 10. Das blendet ein bisschen. Warte mal. Ich mach mal. Nochmal eins zurück. Blendet immer noch. Naja, gut. Was? Es blendet? Ja, wenn du hier gegen die Wand guckst, blendet's direkt. Also kommt drauf an, von wo du guckst, aber. Wasser-Lautstärke, Isabella-Lautstärke. Ich mach dich mal stumm. Ja. Und dann mach ich die Sprache wieder auf. Weil ich denk mal, dass es nicht funktioniert. Du musst bestimmt drücken, um mit dem dann zu reden. Lokale Stimme auf. So. Du dürftest mich jetzt gar nicht hören da drin. Anwenden. Du kannst, oben kannst du mich ganz leise machen. Mh, hab ich gemacht. Mach ich, komm mal zu dir. Grafik. Hörst du mich? Ne. Ja, im Test. Naja. Du kannst Ding ausmachen. Warte mal. Bei Grafik. Schatten, Schatten, Beleuchtung. Da ist irgendwo das Überstrahlen. Strahleneffekte. Ach, Strahleneffekt. Mach mal auf null. Ja, dann wär's dir nicht mehr geblendet. Ja, ist besser. Also, boah, wenn ich da gegen die Wand geguckt hab, das war ja... Brennt der ja die Augen raus? Und ich hab jetzt auf 10 Helligkeit. Und trotzdem, wenn ich hierher geh, wär's voll dunkel. Ich seh grad mal so die Statuen, weil sie das Licht ein bisschen spiegeln. Aber mehr ist da hier auch nicht. Ich bin doch mal ein bisschen heller. Mach auf 10. Trotzdem ist es noch dunkel. Wow. Hier muss ich denn die Tasche aufmachen. Ah, ey. So, wie war das? Die Fackel? Äh, ja. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch unser... Wo ist denn mein Feuerzeug? Hab ich... Ach, das hab ich automatisch jetzt. Okay. Wie, du hast automatisch. Ja, man hat ja vorher immer, ne? Ah, einen Platz gebraucht für Feuer. Jetzt hat man's automatisch. Okay. Hab schon gesagt. Dann nehmen wir auf jeden Fall ein Medikit mit. Das sei so Meter. Wie Medikit. Taschenlampe. Halten RM zum Auszublasen. Ah, okay. Da fängt's wieder an. Hä? What? Jetzt muss man gucken. Ah, okay. Er macht das dann... Die Taschenlampe bleibt trotzdem nicht an. Das hat er jetzt... Hm. Das hat er geändert, ja. Was nehmen wir jetzt mit? Das nehme ich noch mit? Ein Handy? Wir können ja alles mitnehmen. Ja, wir haben Platz, ne? Das braucht man nicht. Das Radio nimmst du bestimmt schon mit, ne? Ja, Radio nimm ich mit. Und dieses... Andere Teil kann ich noch mitnehmen. Das hier, ne? Und das hier, so. Okay. Hm. Boah. Hm? Er ist trotzdem geblendet, wenn du die Taschenlampe anmachst. Okay, Ton. Da müssen wir mal ein bisschen... Alter, ist das laut. Ja, Ton ist laut, ne? Ein bisschen runterstellen hier, so. Master Effekte. Ach man, man muss auch auf N-Wenden drücken. So. Ja, Umgebung lasse ich. Effekte muss die leiser machen. Hm. Bei der Umgebung hören sie schon es nicht, wenn du... Oh, was ist das denn? Um F und mir Schutzlicht... Ne, Schutzhelmlicht anzuschalten. Ah. Okay. Ah. Wow. Mach mal deine Taschenlampe aus und deine Fackel. Hä? Wie ging das? Switch einfach. Und ein Switch in Mausrad. Ja. Ja. Ich sehe alles. Hm? Cover. Besser als vorher, oder nicht? Okay, hier geht's überall lang. Ich hab da drauf gedrückt. Also wir haben hier... ...so einen sitzenden Menschen. Der Gefesselte. Ja, ob der Gefesselte ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja nur was... ...von ich sagen, am Kacken. Was ist doch du, nicht? Ey, was ist denn das? Ja, hab ich doch gesagt. Da krabbeln irgendwelche komische... Was? Daturen. Oder was, das war sehr rumgekrabbelt. Wo bist du denn? Hat keinen Körper gehabt, das Ding. Lass mich nicht alleine. Warum hab ich Herzschlag? Ah! Ah! Mensch, Isa! Ah, komm zu mir! Äh! Hau ab! Sag mal, bist du bescheuert, oder was? Kannst du den hauen? Ja, ich hab gehauen. Es ist abgehauen. Kannst du den hauen? Ja, also das ist ja... ...geht doch gar nicht hier. Nee, geht ja auch nicht. Ich bücke mich auch. Äh? Guck mal. Können wir springen? Kannst du springen? Also mit Lärttaste... ...seh ich meine Gesundheit. Wie viel hast du denn noch? 62. Ja, ich hab auch 62. Warte mal, ich guck mal. Steuerung. Fallen lassen, interagieren, sprinten, hocken. Nee, springen. Oder klettern. Mumia ablenken mit P. P. P, ja. P, wie Penis. Alter. Was war denn das? Ich bin hier in den Eisern. Das kannst du doch nicht machen, Mann. Alter, bin ich zusammengefahren. Hier ist das ganze Ding zusammengekracht. Was? P hast du gesagt? Ja, P ist Mumia ablenken. Oder B. P oder B? Bei P passiert doch gar nichts. Diese Säule, was du da siehst, ne? Was? 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 Hallo? Isa, guck mal, diese Säule da, ne? Ja. Die stürzen ein. Nee, das finde ich nicht gut. Ja, deswegen bin ich erschrocken. Guck mal, ich stehe hier und da ist die Säule eingekracht. Da liegt nur noch ein Stück auf dem Boden. Hä? Wo ist denn die hin? Da war da eben noch eine kaputte Säule. Meine Jüde. Die verarschen. Hier, ich habe auch den Gefesselten. Ja, geil. Ich habe Geld gefunden. Und hier habe ich... Was ist das denn? Warte mal, ich gehe zurück. Inneres Grab. Unsere Übersetzung implizieren, dass sie Hieroglyphen auf den Knöpfen den Namen der Mage ansprechen. Ah! Summer! Dieses hässliche Vieh, hau ab! Jetzt kommt er zu dir. Drück mal drauf. Auf dem Gefesselten. Nee, jetzt. Hab ich. Ja, ich auch. Hi, Schwester. Hallo. Hast du was gefunden? Nein. So, hier ist der hin. Zusammenbleiben. Öffnet die Dinger. Mal gucken, ob da was drin ist. Oh, nicht. Okay, ähm. So. Oh, du hast was gefunden, ne? Ja, da ist ein Teil, aber ich kann es gerade noch nicht mitnehmen. Warte mal. Wie war denn denn? Ja, mal weglegen. F, G, nee. Nee, warte mal. Wie war fallen das denn? C? Nee. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Ich weiß was. Da ist eine kleine Fahne. Was ist denn das? Markierung. Warte mal, Kuh. Ja. Was ist denn jetzt wieder? Zerstörung. Und Seismografie. Hilfe, hau den. Ich kann nicht, ich hab was in der Hand. Ich auch. Drück mal P. Moment. Ich hab ihn gehauen. Wie mach ich denn das Radio? Das macht gar keine Musik, das Radio. Doch, bei mir ist er. Er hat geschissen. Hau den doch mal. Hops. Lass ihn da mir in Ruhe. Ja, wie mach ich jetzt das Radio an? Das geht nicht mehr, oder wie? Bei mir hast du das Radio an. Ich hör gar nichts. Ich hör Musik. Ach, ich hab bestimmt die Musik ausgemacht. Krieg ich jetzt hier Damage, wenn ich drüber geh? Äh. Ich hab die Musik ausgehabt, die Strudel. Wie kann man denn... Krieg das Radio mal hier hin. Ja. Wie öffnet man denn... Warte mal. Where are you here? Aufgaben... Ach, hier Forschung. Ach du Scheiße, was ist das denn? Are you here? Beweise, hier. Ja, hier geht's, siehst du mit dem kurzen Reden. Ging bloß draußen, ne? Beweise. Are you here? Wir haben Zittern und... Ähm... Hä? Was? Zerstörung. Ja, mach erstmal du und dann sagst, was ich reinmachen muss. Zittern und Zerstörung. Ja, ich warte, bis du ready bist. Ich bin ready. Okay. Dann setze ich mich hinter dich. Ja, bleib mal da in der Ecke, ja. L, weiße, Zittern, Zerstörung. Genau. Ich bin ready. Okay. Zittern hast du mit was jetzt gemessen? Mit diesem Ding da, ja, was du in der Hand hast. Oh, okay, dann kann ich sie da wegschmeißen. Ähm, hoch. Ja. Are you here? Where are you? Oh Gott, Alter. Da ist was blaues. Da ist ein Auge. Ich hab einen Zettel gefunden. Achtung, da ist ein Krabbeler. Hinter dir. Hinter dir. Baut ihn doch hin, doch nicht. Ja, ich hatte noch was anderes in der Hand, Mann. Vier, fünf. War ganz kurz auf fünf. Okay, das ist fünf. Wie hoch geht es? Fünf. Oh, war eben ganz kurz auf fünf. Ganz kurz. Und dann könnten wir es eintragen. Äh. Was ist denn das? Elektrische Störung? Nee. Magnetische? Nee. Warte mal, ich stell mich schon mal zu dir. Metallische Signatur. Wir haben den Geist. Ah, imon, se, abominable. Ja, klar, ich hab auch ne, nable. Okay, warte. Magneten, hast du gesagt? Ja. Er hat einen großen Sichtradius. Er atmet laut. Er hat elektronisches Licht. Er hat Schutz an den Augen. Er beschwört Gräuel. Taschenlampe benutzen. Fragezeichen. Also müssen wir dann die Taschenlampe mitnehmen. Bist du ready? Kann ich eintragen? Ja, trag ein. Ich bin ready. Ich pass auf. So, was hast du gesagt? Metallische Signatur, oder? Metallische Signatur. Ja, unten links Leid das erste. Ah, links. Hm. Oh, okay. Ich hab's. Okay. War er jetzt schon überall? Ne, hier drüben war er nicht. Aber hier ist Feuer. Ja, dann mach aus. Wir haben doch gemacht, dass wir ausmachen können, Fall. Ja, ich muss nochmal gucken. Da musst du mitlaufen. Hm. Nimm das Geld mit. Hi, Schwester. Hallo, da ist Kohle. Oh, ich seh nix. Yes. What? Hier liegt überall Geld rum. Ich bin reich. Hier ist noch was. Hä? Hast du da gesagt, yes? Der redet mit dir, oder so, ne? Ne, er hat sie yes gesagt. Ich hab gefragt, ob er dich liebt. Er hat gesagt, yes. Ja, genau. Au! Alter! Du, Pistole. Den Nasenbäralter. Na, 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 ich kann aber alles hier fallen lassen. Mann, mein Kadarwey. Mann, es weg. Ich hab jetzt einen Zettel und noch so eine. So eine Figur hab ich gefunden. Na, nix mit einem Eingang. Was für den Eingang? Bleib bei dir, ich unterschreckst mich wieder, du Nase. Bleib bei mir. So. Hast du geguckt? Hm, 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 hm. Au! Verschwinde! Und komm nie wieder. Ich sag, da verschwinde! Komm nur einer. Ich hab dich fertig. Hier, blöden Penner. Ich mach dich fertig. Yes! Ach, die kommen aus diesen Dingern hier raus. Das ist ein Dinger. Gib dem Ding einen Namen. Da, wo wir dachten, wir könnten hoch. Ach so. Sind da gerade reingekrabbelt? Ähm. Ich weiß nicht. Ähm. Äh. Äh. Okay, tschüss. Was war das denn? Komm rechts rum. Immer rechts rum. Rechts rum. Ja, immer rechts rum. Ja, ich komm mal. Mach dich mal die Ding-Ding-Ding. Hm. Ich wusste es. Ja, fett. Warte mal, da hinten waren wir nur ne. Ist bei dir auch so laut, wenn die reden? Nö. Ah, nee, nee. Kannst du hier einstellen. Kannst du alles extra einstellen. Ja, warte mal. Pass mal kurz auf. Ja, ich passe auch. Ton. Umgebungslautstärke, Effektlautstärke, so. Bring mal was, ja. Machen wir mal so. Anwenden. Hat sich auch großen Richtigkeit. Sagt das mal dem Typ, der mal hinter dem Fuß lutscht. Ja, Spaß. Oh, aufgepasst. Hey, hier steht was. Was denn? Ich hab so ne Vase. Ja, dann nimm mit. Ja. Musst du so nen Platz haben. Ach, der Raucher wieder. Ach, du hast mal der Typ. Ja, ja. Oh Mann, die erschrecken mich mal so. Für klein ist es ziemlich groß. Oder? Oder haben wir... Ne, ist auch noch klein, oder? Warte, ich hab hier noch die Konsorten. Noch einen Zettel hab ich gefunden. Dein Schwebdurmat. Die sind aber nervig. Was sind denn die nervig? Ja, die kleinen Viecher. Ja, die sind ja hier. Ja, ja. So, ich hab noch was. Ich hab jetzt zwei Statuen und zwei Zettel hab ich. Schon wieder einer. Komm ab. Ja, und die Ralle. Wie viele Statuen brauchen wir denn? Fünf? Vier? Wir sind gar nicht. Hier wollen wir noch nicht. Da geht's auch noch lang. Tschüss, Isa. Tschüss. Wo gehst du? Ich hab ne Ahnung. Ich wollte Minecraft spielen. Lach nicht so doof. Wer ist doof? Ja, die ist noch was. Ist leer. Hm. Ähm. Pistisch. Die haben auch beschissen. Muss ich denn nicht fotografierenden Typ? Nee, ne? Nur in seiner richtigen Gestalt, glaube ich, war das. Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht mehr. Ich hab alles vergessen in dem Spiel neu. Ich hab auch nicht wirklich die Ahnung jetzt mehr. Hm. Also, ich hab zwei Statuen. Eine liegt vorne, es sind drei. Ja. Und du hast keine, ne? Nee, die eine hat... Ach, Mensch, Isa. Ich mach doch ja nix. Hinter mir hat's gelacht. Doch bist du da. Oh, Mann. Herz empfangen. Ja, irgendwo hast du nicht richtig geguckt, weil ich hab in jede Ecke geguckt. Ich bin mit dir zusammengelaufen, also damals. Nee. Also, das kann ich nicht bestätigen. Naja, nee, ist klar. Vielleicht finden wir die letzte ja weiter unten. Da gab's ja noch einen Zwischenstock. Hm. Da hat er ja was geändert. Mann. Komm her, du Mistkröcke. Was halt die Dressen? Ich kann nicht mehr laufen. Hinter dir. Nee, hier kommen wir ja nur wieder hier hin. Damit die offenbar nicht zu lange brauchen, schon kommt der andere, ne? Welcher andere? Ja, der wohl dann die Form annimmt, wenn wir zu lange brauchen. Hm. Kannst du in die Mitte gehen, dann kannst du durchschlangen die ganze Zeit. Ja, hier war man grad. Nee, da war man nett. Wir sind von rechts gerade gekommen. Ja, aber das ist doch der Gang. Jetzt weiß ich auch mal, warum du nix gefunden hast. Ja, das ist der Hauptgang. Ja, wo wir grad waren. Ja, eben sind wir von rechts gekommen. Na, ja, aber. Wir sind bis nach links gerannt, also können wir hier nicht gerade gewesen sein. Hier ist der Haupteingang. Aber wie kann man das Ding denn ausmachen? Was für ein Ding? Na, diese Falle hier, dieses. Was soll ich das wissen? Hier ist ein blaues Auge. Was wird denn das da öffnen? Wenn wir den Major da, du wirst schon, aktiviert haben. Ja. Ja, der hat mich gehauen, aber ich hab ihn vorher gehauen. Das geht ja mal gar nicht. Hä? Gleich nur mein Leben zurück. Okay, warte. Dann packe ich das hier schon mal hier hin? Uh. Nee, das muss, glaube ich, ins Auto, ne? Was? Die Vase hier? Keine Ahnung. Wir müssen ja sowieso ans Auto später. Ja. In dem Sinn, oder? Nee, wir werden weggebeamt später. Ja. Also ich hab die Statur und die Statur. Ja, und zwei Zettel hab ich auch noch. Ich komm auch in ein Auto. Ja, jetzt auch in ein Auto. Tschüss. Aber wir haben auch den entfesselten Raum noch nicht gefunden, oder? Nee. Das ist ja da das Teil drin. Das letzte. Die vierte Statur. Aber von da sind wir doch eben gekommen. Nee, hier ist nix drin. Hier war mal einer drin. Nein, 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 nein. Man kann ja was werden, wenn wir dann den Dings suchen. Eigentlich müsste ja viele Schätze da drin sein. Wir waren ja vorhin in dem Raum, wo viele Schätze waren. Also, ich denke mal, das war das mit dem Schalter. Mir ist ja nur zum Eingeben, welchen wir dann haben. ja 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 dann gib mal ein wir machen erst die Zettel weg und die Vase der Hülfer läuft sich jetzt schon bis geilo wir müssen erst mal gucken was das wir machen müssen wegen dem Geist gucken wir gleich äh wegen der Mumie Geist ich glaub wegen gestern wegen Fasmo was für was ist ein Fasmo kenn ich nicht ne kennst du nicht ne das ist einfach satt ne ich bin Höhleforscher äh Höhleforscher bin ich äh nicht ans Auto gehen du fährst fort ja bloß auf ne wollte ich nicht aber ich kann hier hin waren da nicht mal die Zettel hinten drin ne die muss ich ja erst rein legen ja da war doch aber ein extra geh doch mal weg ach ja jetzt fährst du jetzt fahr mal los tschüss das weiß ich doch nicht ich dachte wenn man vorne ans Auto geht und drauf drückt fährt man los ich wollte den Zettel ans an den Koffer drauf kleben naja eigentlich hatten wir da eine extra Kiste hinten drin drei Stück waren es eigentlich das ist ja scheiße ja die Aufnahme ist eh schon soweit war nur ein Test Jungs für die nächste Aufnahme ja gut dann tschüss YouTube bis zum nächsten Mal ja tschüss tschüss